Was ist der Sportkreis für Wittburg-Brümmen? Liebe Sportfreunde, mein Name ist Peter Michaeli. Ich bin Vorsitzender des Sportkreises Wittburg-Brümmen. Ich möchte Sie heute einladen zum Sportkreistag 2019, der am 25. Oktober in Wachsweiler stattfindet. Wie Sie vielleicht wissen, findet der Sportkreistag alle vier Jahre statt. Wir möchten bei dieser Gelegenheit mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir möchten Berichte erstatten und wir möchten mit Ihnen über verschiedene Themen und Wünsche diskutieren. Natürlich finden auch die Wahlen des Sportkreisvorstandes an diesem Abend statt. Ich würde mich jedenfalls freuen, Sie am 25. Oktober in Wachsweiler begrüßen zu können. Vielen Dank.